GG, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. So, jetzt passiert was Neues. Wir haben etwas ganz Neues geplant. Ursprünglich war es ja so, dass die ASPL dafür bekannt war, immer neue Spieler in die Szene zu holen. Da dies mit der regulären Liga 1 und Liga 2 nicht mehr wirklich umsetzbar ist, weil die schon ziemlich stacked ist und ziemlich starke Spieler dabei sind, habe ich mir überlegt, wie ich das trotzdem umsetzen könnte. Die Idee war es, die UDT Academy zu kopieren. Man muss einfach sagen, es ist eine Art von Kopie, weil ich habe das System vom guten Ox übernommen, der einfach ein unglaublich cooles System erfunden hat mit der UDT Academy, wo Coaches einfach Neueinsteiger bzw. Rookies in der Szene coachen. Die helfen denen bei dem Draft, bei dem Teambuild, analysieren die Games im Nachhinein etc. Und das möchte ich jetzt nun auch in der ASPL sozusagen ins Leben holen und damit startet die erste ASPL Rookie League. Dabei wird es ein paar Unterschiede geben zur UDT, nämlich wird die ASPL Rookie League nicht jedes Jahr stattfinden, sondern nur einmal pro Generation. Das bedeutet, die nächste Rookie Season startet dann erst mit Gen 10. Was gibt es da noch zusätzlich zu sagen? Es ist eigentlich im Prinzip sehr einfach. Wir wollen damit erstens mal den Liga 2 Absteiger die Chance geben, wieder aufzusteigen und wir wollen neuen Leuten die Chance geben, in die ASPL zu kommen. Das bedeutet, der Sieger der Rookie League wird automatisch einen Platz in Liga 2 bekommen. Der Zweitplatzierte soll als Reserve-Spieler für Liga 2 gesetzt sein. Das bedeutet aber nicht, dass er niemals drankommt, nur wenn jemand ausscheidet. Das bedeutet gleichzeitig, dass die darauffolgende Season der Absteiger der Liga 2 direkt ersetzt wird durch den Reserve-Spieler. Der Absteiger-Spieler muss dann wieder warten, bis quasi eine Rookie Season gespielt wird. Wie wird nun die Rookie Season funktionieren? Was ist das Meta? Das Meta ist Ubers, weil ASPL immer ein Ubers-Meter war. Die Tierliste wird unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Wir werden 8 bis 10 Spieler stellen und 16 Coaches. Die Spieler können sich ihren Coach aussuchen. Der Coach muss natürlich den Spieler auch akzeptieren. Und dann werden quasi Teams gebildet. Hierbei unterscheiden wir auch eine Kleinigkeit, denn der 5 bis 8 oder 10 Platzierte scheiden für immer aus der ASPL aus. Was bedeutet das? Die ASPL Rookie League soll euch erstens eine Plattform geben, dass ihr Reichweite generiert. Sie soll euch eine Chance geben, dass andere Ligen auf euch aufmerksam werden. Und sie soll euch eine Chance geben, in die ASPL zu kommen. Aber erreicht man nicht die Top 4, wird man für die ASPL gesperrt. Das heißt, ihr habt dann für die ASPL bis auf weiteres keine Chance mehr. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass ihr bei der nächsten Rookie Season nicht dabei sein könnt. Eventuell wird es dann vielleicht irgendwann ASPL Qualifiers geben, wo ihr die Chance bekommt, wieder reinzusteigen. Aber für die ASPL Rookie Season ist es dann für euch vorbei. Platz 1 bis 4. Platz 1 und 2 gehen sowieso Liga 2. Platz 3 und 4 bekommen dann wieder eine potenzielle Chance bei der nächsten Rookie Season. Und eventuell bei Ausfällen des Aufsteigers bzw. des Reservespielers können 3 und 4 nachrücken. Das ist natürlich kein Drama, weil wie gesagt, viele andere Ligen aufmerksam gemacht werden auf euch und ihr dann auch dort weiterhin Chancen bekommen werdet. Es geht uns einfach darum, die Spreu vom Weizen zu trennen und gleichzeitig aber auch euch eine Chance zu geben, euch zu präsentieren. So, die Coaches haben natürlich eine Aufgabe. Die sollen euch live aus euch einen guten Spieler machen. Aber die sollen euch nicht nur competitiveweise haben, sondern vielleicht auch contentweise. Die können euch aufmerksam machen, was ihr bei euren Videos verbessern könnt. Denn das ist auch wichtig für andere Ligen. Nun, wann startet das Ganze? Das Ganze startet am Sonntag, dem 21. April, denn da startet der Draft. Der erste Spieltag ist dann am 12. Mai, das ist drei Wochen später. Das bedeutet, ihr werdet regulär auch zwei Reservewochen sogar haben am Anfang und dann später jeweils eine immer. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich hier zu sagen habe. Ja, stimmt. Eine Sache wäre dann noch, wir haben noch immer einen Slot frei. Also, wir haben alle Spieler besetzt bis jetzt, aber ein Platz ist noch frei. Das heißt, ihr könnt hier unten verlinkt in den Discord joinen und mich anschreiben und quasi um den letzten Platz anfragen. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine Switch, ihr braucht eine Capture Card, ihr braucht Kamesino Purpur und eine Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen und auf euren YouTube-Kanal hochzuladen. Ihr müsst auch noch keinen bestehenden YouTube-Kanal haben. Es reicht auch, wenn ihr euch einen erstellt. Solange ihr eine Qualität von Full HD ermöglicht und wie gesagt, eine Kamesin-Pupo-Aufnahme. So, das war's im Prinzip. Weitere Infos folgen demnächst. Jetzt habt ihr mal die wichtigsten Informationen. Das Ganze wird parallel zur VGC-Liga laufen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, dass wir ein paar Rohjuwäle oder besser gesagt ein paar Rohdiamanten schleifen können und in die Szene setzen können mit eurer Hilfe. Das war's mit dem Video heute. Bis dann. Ciao und tschüss. Euer Krokop.